Also ganz ehrlich, du musst als Politiker heutzutage eine völlig reine Weste haben, darfst niemals auch nur einen Satz falsch geschrieben haben in deiner Doktorarbeit oder sonst irgendwas. Es ist alles berechtigt, dass man das anklagt, aber man muss immer sofort seinen Job abgeben. Diesen Menschen gibt es nicht und den will ich eigentlich auch gar nicht haben. Ich will eigentlich ehrliche, authentische Menschen haben, die auch schon Scheiße gebaut haben, weil aus Scheiße lernt man ja meistens was. Aber der hat in der Politik keine Chance mehr. Und dann gibt es das andere, dass andere Menschen heutzutage sehen, dass man gerade mit dem Lügen und dem Böse sein und Angst machen noch mehr Erfolg hat, siehe Trump. Denn das sind ja teilweise bewusste Lügen, um den Leuten Angst zu machen. Und der ist plötzlich erfolgreich. Da sieht man, was der Mensch eigentlich für einen Politiker haben möchte heutzutage. Ich hätte liebend gerne einen, ich würde einen Bürgermeister in Hamburg wählen, den ich vertraue. Der sagt, Mensch, ich habe früher gekifft, ich habe 47 Punkte in Flensburg gemacht und Scheiße, ich habe mich auch schon mal ins Auto gesetzt mit 0,5 Promille, weil ich einen über den Durst getrunken hatte und einen Termin hatte und nach Hause musste. Und bei meiner Abi-Klausur habe ich es übrigens abgeschrieben, aber ich bin ein geiler Typ. Und ich sage dir, du kannst mir vertrauen und ich weiß, was gut ist für diese Stadt. Den würde ich wählen. Aber ich glaube, ich bin einer der wenigen. Da stimme ich dir total zu. Das zweite Problem ist, und jetzt weiß ich, was gut für die Stadt ist, da setze ich mal ein. Ich muss euch nämlich leider sagen, wir müssen das ändern, das ändern, das ändern, das ändern. Wenn ein Politiker visionär wäre und schaut sich alles an, was gerade ist und rechnet das zusammen und macht eine Prediction, was sein wird, dann müsste er uns jetzt in seinen Aussagen ziemlich wehtun, was wir ändern müssten, wir Menschen. Das kann er nicht, weil er da nicht gewählt wird. Da ist das Hauptproblem. Es müsste wehtun und dann trotzdem gewählt werden. Dann würde sich was verändern. Da glaube ich momentan nicht dran.